Es gibt eine gute Nachricht für Tesla Model Y Besteller und ob das was für dich ist, kannst du auch gerne mal in den Kommentaren dein Feedback dalassen. Es geht nämlich um die Auswahl im Konfigurator. Erst einmal gibt es jetzt neue Felgen in den USA für das Tesla Model Y, sicherlich auch zeitnah in Deutschland und das könnte für dich auch interessant werden. Denn laut Feedback dessen, was ich über die letzten 12-14 Monate gehört habe, gab es viele Leute, die das Model Y Hinterradantrieb zum Beispiel gekauft haben und dann aber im Nachhinein noch ihre Felgen geändert haben, weil die Version, die du auf der rechten Seite siehst, ist jetzt nicht gerade das Schönste. Einige von euch mögen es vielleicht als in Ordnung sehen, aber es gibt viele Leute, die dieses Design jetzt nicht gerade das Beste finden und ab sofort gibt es nämlich in den USA die Möglichkeit, hier die neue Version auszuwählen, die auf der linken Seite ist. Die kostet aber 500 Dollar mehr. Jetzt gibt es natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich dich dazu entscheiden, einfach 500 Dollar mehr zu bezahlen. Das erste Feedback auf X ist deutlich. Viele sagen, ja gut, dann kann ich mir aber auch Radkappen kaufen, die sind günstiger als 500 Dollar. Übrigens, wenn du Radkappen möchtest, wir haben für solche Fälle genau was bei Tessi Supply im Shop. Schau gerne da mal vorbei. Mit Tessi 2024 kannst du da auch 10% Rabatt bekommen. Wenn es also um diese Auswahl geht, hat Tesla anscheinend jetzt auch auf die Kunden gehört, denn es wird sicherlich auch in den USA der Fall sein, dass viele mit dieser Felge oder der alten Felge unzufrieden sind und jetzt vielleicht dann doch diese 500 Dollar ausgeben und sagen, ich nehme diese neue Felge. Wichtig ist, es ist noch nicht ganz klar, ob es sich hier um die alte Felge handelt und einfach nur eine Kappe, die obendrauf geht. Aber im Ersten dessen, was wir jetzt sehen, können wir davon ausgehen, dass es tatsächlich einfach eine andere Felge ist. Sollte es dazu noch ein Update geben, werde ich dir natürlich hier weitere Informationen zu geben und du kannst natürlich auch mal dein Feedback dalassen. Würdest du diese neue Felge dir kaufen oder würdest du dann einfach eine Radkappe auf die alte Version drauf machen? Dann gab es noch ein Update zu den Gaming Futures, denn wir alle wissen, dass es eigentlich möglich ist, mit Steam Spiele auf deinem Tesla zu spielen. Jetzt wurde aber deutlich, dass das neue Model S und Model X inzwischen es nicht mehr haben wird. Das kann auch daran liegen, dass man festgestellt hat, dass doch vielleicht nicht so viele Leute über Steam Spiele spielen. Das würde dann nur noch über die hauseigenen Spiele funktionieren und Steam scheint nicht so viel genutzt zu werden. Auch im Cybertruck ist diese Funktion inzwischen wohl nicht mehr drin. Das heißt, Tesla hat hier reagiert, hat es getestet, wird sicherlich hier auch mit Steam eine Kooperation haben, in der man gesagt hat, wir können das gerne mal testen. Wenn es aber nicht irgendwie dazu führt, dass die Leute das nutzen, dann nehmen wir es wieder raus. Ist übrigens auch ein Thema, wenn es um die Leistung des Computers geht, denn dafür ist natürlich auch etwas mehr Leistung nötig, damit man hier auf Steam überhaupt Spiele spielen kann. Wenn es um den Cybertruck geht, dann gibt es immer mal wieder Diskussionen um die Nachfrage und Probleme und dass angeblich jetzt schon Autos, die man produziert hat, einfach nur rumstehen. Ich möchte hier nochmal eins festhalten. Wir sind immer noch in der Foundation Series und es werden auch immer noch diese Versionen nur gebaut. Und wenn man dann sich mal anschaut und das ist hier der Cybertruck-Tracking-Record hier, dann sehen wir, dass es netto circa 2,3 Millionen Reservierungen gibt. Selbst wenn jetzt die Hälfte der Reservierungen wegfällt, sind wir immer noch, immer noch über eine Million Leute, die da warten. Und da gibt es ja einige Leute, die auch mehrfach Cybertrucks bestellt haben. Und ihr seht, dass der größte Teil der Bestellungen beim Dual-Motor ist, beim Tree-Motor ist und der Quad-Motor, also die Platt-Version mit 8,3%. Das heißt, selbst die Foundation Series scheint genug Nachfrage zu haben und wir sind noch gar nicht mal zu den zwei, also fast 80, über 80% der Besteller gekommen. Nämlich diese Version für 99.000 und 79.000, mal geschweige denn von einer Single-Motor-Version, die natürlich mit 60.000 oder 61.000 ein wirklich großes Interesse voraussetzen, also kreieren wird bei dem Preis. Also mit anderen Worten, Tesla hat hier genügend zu tun. Und ich glaube, wenn es um eine gute Nachricht in 2024 geht, dann ist es vor allem auch der Cybertruck, dass es hier richtig gut vorangeht. Da bin ich mal gespannt auf die Zahlen im zweiten Quartal. Ja, es wird weiter daran gearbeitet, die 46 Milliarden Pay Package zu sabotieren. Es gibt hier doch wieder eine Reihe von Investoren, auch wenn diese Investoren hier, wenn hier geschrieben wird, es gibt eine Gruppe von Tesla-Shareholders, die hält aber insgesamt nur 1% der Aktien. Aber es wird weiter dagegen vorgegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, der sich keine Millionengehälter zahlt, jemand, der dieses Unternehmen groß gemacht hat, auch wenn er kontrovers manchmal für viele ist, man muss einfach festhalten, er hat das Geld verdient dafür, dass er entsprechend das Unternehmen so groß gemacht hat. Aber es scheint hier auch noch andere Kräfte zu geben, die anderer Meinung sind und das wird sich bald entscheiden, ob die sich durchsetzen können. Dann gab es noch eine entsprechende Sichtung einer neuen Kamera. Du siehst, das ist sicherlich nur für Testzwecke. Das ruft aber natürlich noch mal Vermutungen hervor, wenn es ums RoboTaxi geht. Jetzt soll ja das RoboTaxi, wie der Name es schon sagt, autonom fahren. Da könnte es natürlich im Rahmen dieses Modells vielleicht auch noch mehr Kameras geben, als in den bestehenden Fahrzeugen, die man ja selber fährt. Und da könnte es jetzt schon die ersten Tests geben oder man versucht Daten zu sammeln. Es ist sehr ungewöhnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier für FSD Supervised einfach genutzt wird, weil man ja schon bereits Daten sammelt. Aber vielleicht wird dann doch zukünftig auch eine neue Kamera eingebaut. Hier könnte es natürlich dann um die Kamera hinten im oberen Bereich gehen, dass man vielleicht hier etwas einbaut. Das ist ja wie gesagt hier nur eine Skizze. Da kann sich ja noch einiges tun. Wir hatten ja gestern bereits über die Sitze gesprochen, die doch sehr jetzt auch diesem Design hier ähneln. Und natürlich im vorderen Bereich ein Bildschirm. Und es gab ja auch schon erste Bilder für die App, wo man ja die Möglichkeit hat, dann das Auto herbeizurufen und zu bestellen. Ja, aus Norwegen, aber auch Spanien gab es noch schlechte Nachrichten. Also erstmal gute Nachrichten für Kunden. Die Preise werden gesenkt. Das liegt aber vor allem in Norwegen auch daran, dass Tesla hier tatsächlich bis dato nicht so erfolgreich ist wie im letzten Quartal. Ob das schon noch Auswirkungen sind aufgrund der Situation, die wir in Grünheide hatten, dass weniger Autos nach Norwegen gehen, das ist sehr schwer zu sagen. Das war eigentlich vorwiegend im ersten Quartal das Problem. Man ist stark gestartet, aber jetzt sieht es sehr, sehr mau aus. Mit anderen Worten, Preissenkungen auch in anderen Ländern stehen jetzt an. Und es wird interessant sein, ob das dann dazu führt, dass die Verkäufe wieder anziehen. In China übrigens hat das funktioniert. Anhand der Zahlen, die wir aus der letzten Woche haben, sieht es da schon inzwischen besser aus. Hier wollte ich auch nicht euch vorenthalten ein Bild von Pepsi. Hier in diesem Fall auch mal mit Weiß, finde ich sogar ein sehr viel geileres Design. Einfach Weiß, dann Pepsi mit dem Logo, nicht das Blau. Alles Geschmackssache. Ich persönlich finde das richtig cool. Und wie gesagt, hier auch nochmal die Bestätigung, dass man ja hier einige weitere elektrische LKWs von Tesla bekommen hat. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann und tschüss.